Musik Was ist das, was mich hemmet statt? Mioche so besonges Schmadt, wo immer... Musik Meine Damen und Herren, hochverehrtes Publikum, Leif Röscher-Faste-Lobenz-Jeckel, herzlich willkommen zur 74. Verleihung des Ordens wieder dem tierischen Ernst, hier im Aachener Eurogress. Applaus Wir begrüßen sie, Gemeinschaft von der Vorfreude, den Ministerpräsidenten des Landes Schleswig-Holstein, Daniel Günther. Applaus Das ist wirklich modern, tolerant und weltoffen. Applaus Schlechtes Ergebnis aller Zeiten. Deutschland offiziell so dumm wie noch nie. Für viele das erschreckens an der Sache, dass unsere Bundesregierung hat bei der Studie noch nicht mal mitgemacht. Musik Ich bin mir auch froh, dass ich jetzt hier an diesem Ort gelandet bin. Ich bin schon gut in den letzten drei Mal gefahren, weil ich an vier Ländern in einem Land eigentlich gar nicht sein sollte. Also deswegen möchte ich ja heute hier sein. Wie Julia hat das schon gesagt, einfach zum Dankfassen sein, ein Land in Frieden und Freiheit ist ziemlich direkt aus dem Südsudan und dann sogar Sudan in die Anreisung. Und dann geht das wie jetzt hier in derして eine Erkrankung oder Kirche, für mich ένα, eine die vorbezüge. Arscherz-Jubbs-Jubbs-Jubbs-Jubbs-Jubbs-Jubbs-Jubbs-Jubbs-Jubbs-Jubbs-Jubbs-Jubbs-Jubbs-Jubbs-Jubbs-Jubbs-Jubbs-Jubbs. Musik 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 Oh, hinterher hochressiert! Jetzt ach, aus dem Büro, man glaubt es ja nicht. Da hast du so ja Meerblick, Meergeschichten. Musik Musik Ich wünsche mir den tierischen Ernst und genau deswegen bist du, lieber Herr Ministerpräsident, lieber Daniel, in diesen Zeiten genau der Richtige Ihnen zu tragen. Mit Stolz, mit Haltung und viel Leidenschaft. Ich sage herzlichen Glückwunsch, lieber Daniel Grünzer, herzlichen Glückwunsch an unsere Demokratie. Liebe Annalena Baerbock, liebe Ritterinnen und Ritter, liebe Böscher, Närinnen und Nahen, lieber Elberwart des AKV, lieber Herr Präsident, lieber Wolfgang. Eine Ritterinnen und Ritter! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank!